Wie hoch sind wir? 1.000... Entschuldigung, wie hoch sind wir? Ich glaube 1.507. 1.507, passt. Ich bin der Dom. Jetzt kennen mich schon sehr viele Gäste da im Kaiserwinkel. Ich bin jetzt doch einige Jahre schon unterwegs. Seit 1999 bin ich schon Wanderführer. Am Anfang habe ich das ein bisschen sporadisch gemacht. Im Winter, im Sommer. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit. Und die letzten fünf, sechs Jahre, sage ich mal so. Da ist das jetzt ein bisschen intensiver geworden. Die Möglichkeit zum Wandern bei uns, die ist eigentlich unendlich, kann man sagen. Angefangen vom Taubensee bis zum Heiberg und einfach alles möglich bei uns. Zweimal wöchentlich, Dienstag und Donnerstag machen wir die geführten Wanderungen. Aber das ist schon, das ist jetzt schon sehr... Also das ist schon nur die eine, die was da herum... Was zu sagen. Was zu sagen, aber das ist das nicht einfach scheiße. Was vor allem. Was zum Tod. Was. Was. Ich muss da und. Was. 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 Ich muss aus.